Und zwar wollte ich nicht bei dir bedanken, für all das, was du mir seit Februar Hose getan hast. Du warst immer da, wenn ich an mir selber gezweifelt habe, wenn jeder mich mit Leck beschmissen hat, hast du mir gezeigt, dass das, was ich mache, das Richtige ist. Du hast mir gezeigt, dass auch hier keine Option ist und du hast mir all die tollen Menschen dafür gegeben. Und dafür möchte ich dir Danke sagen und du kriegst auch gleich noch was, aber erst muss Simone noch was sagen. Ja, ich auch. Bravo Simone! So, jetzt nochmal anfangen. Komm jetzt! Ja, ich bin dran. Bleib frei, Freunde. Dank Uwe und Dirk an deiner Seite können wir Loge auch dann verfolgen, wenn wir mal nicht mit dir unterwegs sind oder du mit uns. So wie wir musst auch du oft Ablehnung und Ignoranz erdeuten und ertragen. Und dennoch sagst du nie Nein, wenn man dich um Unterstützung bittet oder dich einlädt. Du opferst deinem wenige Zeit für Menschen, für Menschen, um sich darüber aufzuklären, was dir alles falsch läuft in diesem Land. Und du machst das mit vollem Einsatz. Aber leider gibt es auch Menschen, die dich nicht wertschätzen und dich nicht für das würdigen, was du sogar unengäßig tust. Es gibt aber auch Menschen, die dich wertschätzen. Und ein paar davon haben uns auch ganz die gesamte Steckungen gelegt, die wir uns bewertet haben, die wir uns auch beurteilen können. Für das, was du tun. Es ist nichts Großes, aber auch nichts Kleines. Es ist kein Gold und auch kein Silber. Es ist nicht schwer, aber auch nicht klein. Es kommt weder aus der Ferne noch aus der Nähe. Es kommt nur von einem Ort. Anna-Nena? Kannst du mal weiterfilmen? Jetzt kommt sowas. Du Entferndl. Du Entferndl. Ich bin ein Ja. Kannst du mal sehen? Ja, aller voll. Also da hier alle gespannt sind, sollst du das auspacken, bitte. Lieber Uwe und lieber Dirk, Team Oranienburg und Team GSE sowie viele andere sagen euch Danke für das, was ihr tut. Vielen lieben Dank.